Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Video. So, wir hatten vor einigen Monaten uns ja mal die V-Bus Simulationen angeschaut. Wenn ihr euch ja daran noch erinnern könnt, dann wisst ihr ja in etwa noch, worum es da ging. Wenn nicht, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Guckt euch das am besten mal an. Das ist meine erste Bus Simulation gewesen, die ich jemals gespielt habe. Neben dem Microsoft Train Simulator, der damals ja so existierte, war das wie gesagt also ein Schritt weiter in die Richtung Simulation. Und damals fand ich sie schon ziemlich interessant. Denn anders als wie der Bus Simulator, der total unlizenziert war, der super performancehungrig war und so weiter, einfach nicht so wirklich pralle wirkte, war der V-Bus Simulator doch schon eine ganz andere Nummer. Es wirkte sich halt irgendwie realistisch an, wenn man sich das Ganze mal so heute betrachtet. Die Fahrzeuge, die sahen super interessant aus. Von innen als wie von außen wirkte das Ganze so, als ob man wirklich halt in diesem Bus sitzt. Klar, die ganze Welt an sich, die sah natürlich dementsprechend ein bisschen sehr altbacken aus. Man hatte keine KI-Fahrzeuge, man hatte keine KI-Menschen. Aber wir ronten hier schon einen Fahrplan fahren und das wurde ja so ein bisschen symbolisiert durch den Fall, den wir oben hatten. Unten links hatten wir ja dann so ein kleines Fenster, wo ja dann drin stand, wie viele Fahrgäste haben wir im Bus. Wie viele Fahrgäste stehen an den Haltestellen zum Beispiel. Wie schnell fahren wir und so weiter und so fort. Aber so konnte man sich komplett in dem ganzen Fahrzeug sich einfach so ein bisschen umgucken. Man musste das Fahrzeug starten und dementsprechend dann halt auch auf Tour gehen. Man konnte natürlich hin- und zurückfahren, so oft wie man wollte. Es gab einen Multiplayer-Modus, schon für damalige Verhältnisse eigentlich sehr interessant. Leitstellenfahrten wurden gemacht. Es gab einen Funk, wo man die Leitstelle kontaktieren konnte. Und es gab natürlich auch Dienstpläne von Fremdwebseiten, wo man das Ganze halt dementsprechend sich so ein bisschen austoben konnte. Und natürlich in die Welt eines realen Busfahrers zu steigen. Heutzutage ist die Simulation absolut nicht mehr empfehlenswert, weil, wie gesagt, die Grafik, die ist natürlich unter allerster Kanone. Wenn man sich die ganze Gebäude so anschaut, die Modelle von Bus an sich, die gehen noch so in etwa, vielleicht noch so ein bisschen durch. Aber im Großen und Ganzen ist die Simulation halt schon wirklich sehr alt. Und das merkt man dieser Simulation leider auch an. Jetzt ist es aber so, es kam was Neues. Und V-Bus war von meiner Seite aus eigentlich schon tot geglaubt, dass das Ganze halt nicht mehr fortgesetzt wurde. Ich glaube, in der letzten Version war es die 0.8 gewesen oder 0.9, muss das Ganze so gewesen sein. War für mich eigentlich denn auch die letzte Version, die ich bekommen konnte im Internet, die man dann halt nicht so spielen konnte. Man kann zwar immer noch heutzutage die Version runterladen und natürlich auch die ganzen Busse, ja, aber so im Großen und Ganzen, ja, war die Simulation eigentlich am Ende. Wie gesagt, KI-Fahrzeuge gab es nur auf bestimmten Karten, waren nicht für alle Karten verfügbar gewesen. War natürlich schon ein bisschen traurig. Jetzt ist es aber so weit, dass es eine neue Simulation gab. Eine neue Simulation vom V-Bus, den Virtual-Bus-Simulator. Und hier möchte ich gerne mit euch gemeinsam mal so ein bisschen uns diese neue Simulation anschauen. Das ist praktisch Remake, praktisch von dem früheren Teil von dem V-Bus-Simulator. So, wenn wir uns jetzt die Simulation von heute mal anschauen, merken wir hier einen riesengroßen Unterschied. Natürlich sieht das alles natürlich deutlich hübscher aus als noch in der vorigen Version, ja, in der letzten Version. Wir spielen das Ganze hier in wundervollen 4K, können das Ganze mit über 60 FPS hier spielen und sind in der Version 0.2. Den Download-Link, den gibt es aktuell bei GitHub und ist komplett kostenlos. Wird dabei natürlich hier ein MAN-Fahrzeug, eine kleine Demo-Strecke, die wir uns hier angucken können. Und das wollen wir, wie gesagt, heute uns mal direkt anschauen. Mir war halt wichtig gewesen, dass man halt so einen kleinen Einblick bekommt, wie sah es früher aus und wie sieht es heute aus. Und wie finde ich das Ganze, dass es jetzt mittlerweile auch erscheint. Eine neue Version vom Virtual-Bus-Simulator, großartig. Das ist halt so, meine Jugend, ja, die ich damals mit verbracht habe, kommt jetzt in einen absolut neuen Gewand. Und das gerade mal, wie gesagt, für umsonst. Wir werden jetzt mal hier so eine kleine Runde drehen. Wie gesagt, aktuell 4K ist noch nicht verfügbar. In der 0.2 haben wir schon, wie gesagt, eines der Fahrzeuge. Wir haben schon die ersten Möglichkeiten, Türen zu öffnen, Fahrgäste mitzunehmen. Aber hier gibt es halt auch noch keinen KI. Also weder Menschen, die hier rumlaufen, noch Fahrzeuge, die hier rumfahren. Das ist ja alles in der Version 0.2 noch nicht enthalten. Wir sind jetzt mal so ein Stück, fahren jetzt geradezu und halten ihn an der nächsten Haltestelle mal an. Hier kleinere Fehler sind natürlich noch enthalten. Zum Beispiel, wenn wir uns mal den kleinen Bildschirm da angucken, wo eigentlich Drive drinstehen müsste oder Reverse. Ob wir jetzt vorwärts fahren oder rückwärts fahren. Das flackert alles ein bisschen. Auch sind die ganzen Tasten noch nicht so 100% animiert. Wir müssen halt auch das Ganze noch relativ viel mit Tastatur steuern. Denn ein richtiges Menü existiert hier noch gar nicht. Also wir haben hier weder die Möglichkeit, dass wir hier die Optionen irgendwie was einstellen können, noch dass wir hier irgendwelche Tasten zuweisen können. Geschweige, ein Lenkrad-Support, der ist natürlich auch noch nicht enthalten. Aber gut, wenn man eine Version 0.2 hat, denke ich mal, sind das so Gründe, wo man dann sagt, so das steht erstmal hinten an. Man versucht jetzt erstmal natürlich die Simulation erstmal irgendwie voranzubringen. Und das, wie gesagt, funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe, wo ich die erste Runde gedreht habe mit dem V-Virtual-Bus-Simulator, schon so das Gefühl von früher wieder gehabt. Es fühlte sich genauso an, als ob man hier wirklich die gleiche Engine genommen hat, bloß das Ganze irgendwie gefühlt halt aufgepäppelt hat. Aber es spielt sich tatsächlich wie der alte Virtual-Bus-Simulator. Und das war einfach eine richtig klasse Sache. Die Fahrzeuge sehen echt schick aus. Ja, klar, es ist jetzt noch nicht so weit, wie jetzt manche andere Simulationen in dem heutigen Stand. Aber auch die haben mal relativ früh angefangen, mit einer relativ frühen Fassung. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Spiele, die der halt bezahlen muss, obwohl sie noch nicht fertig sind. Wie gesagt, bei GitHub könnt ihr euch die erste Demo hier dementsprechend halt komplett mal angucken. Und könnt selber mal so ein bisschen schauen, wie euch das Ganze dementsprechend gefällt in der heutigen Version. Wie gesagt, 4K, 60 FPS, kein Problem. Die an sich müsst ihr aber separat einstellen. Denn normalerweise startet das Spiel in einem Fenstermodus. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in einem 1080p, also Full-HD-Format. Also das startet dann halt dementsprechend schon so. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel einen 4K-Monitor habt oder sowas, müsst ihr das Ganze in einer Textdatei so einschreiben. Also ihr müsst die Textdatei ein bisschen modifizieren, damit ihr zum Beispiel ein Vollbild habt. Und dann wie gesagt 4K oder eine niedrige Auflösung, wenn ihr zum Beispiel noch einen alten Röhrenmonitor habt oder sowas, dann könnt ihr natürlich weiter tiefer gehen. Dementsprechend passt sich das Ganze natürlich an. Und das ist eine ganz coole Sache, falls ihr, wie gesagt, da einfach mal so reingucken möchtet. Und da könnt ihr auch so eine kleinere Einstellung, wie zum Beispiel die ganzen Sachen, wie diese ganzen Shader zum Beispiel einstellen, Anti-Highizing und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann dementsprechend da in dieser Textdatei ein bisschen modifizieren. Aber immer Achtung, macht euch ein Backup da vorher. Sonst kann es sein, dass ihr euch das Ganze zerschießt. Und dann müsst ihr euch das komplett nochmal neu runterladen, installieren. An sich, Installation relativ einfach. Das ist ein Winzip-Archiv oder ein WinRAR-Archiv, je nachdem, wie ihr das wollt. Und das entpackt ihr einfach irgendwo hin und schon könnt ihr losstarten. Virtual Engine das ist, das kann ich hier gar nicht so sagen. Mir kommen die Bäume tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Ich würde fast behaupten, dass es eigentlich Unity-Bäume sind. Aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwas hapert da. Irgendwie haut es sich so hin. Weil normalerweise, wenn es dann halt Unity wäre, würde man es halt doch deutlich sehen, dass es Unity ist. Hier, wie gesagt, können es natürlich nur die Baum-Modelle sein. Also wenn Virtual Engine dahinter steckt, kann ich gar nicht so sagen. Das Ganze kommt übrigens auch von einer polnischen Website. Also das Ganze ist halt in polnisch geschrieben. Wenn ihr da auf der GitHub-Seite seid, ist natürlich alles in Englisch. Aber man merkt halt so im Spiel, sind halt viele polnische Wörter gelistet, wo man sich halt ein bisschen durchkämpfen muss, durchwummeln muss. Dann sind wir mal an der Fahrt jetzt hier angekommen. Wir sehen es hier, der MAN Lion City. Wie gesagt, eines der ersten Modelle, die jetzt verfügbar sind. Und das passt, glaube ich, so. Denn in der ersten Folge, wo wir den Virtual Bus oder den V-Bus-Simulator getestet haben, sind wir nämlich auch mit einem MAN gefahren. Also auch hier vom Fahrzeug her hat sich einiges getan. Dann fliegen wir mal so ein bisschen über die Karte so rüber. Und wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen dementsprechend halt an, wie die Gebäude halt aussehen. Hier merkt man natürlich Copy-Past-Prinzip. Und im Prinzip, man guckt sich da ein bisschen was von Omsi ab, was aber an sich ja nicht verkehrt ist, wenn man hochauflösende Texturen benutzt oder sowas. Hier können wir natürlich das Ganze uns mal anschauen. Es sind halt einfach nur Blöcke, die halt eine Fototextur drauf haben und dann passt das Ganze. Das reicht vollkommen aus, in meinen Augen. Da muss nicht alles, wirklich jedes Fenster einzeln irgendwie, ja, zu gucken da sein und so weiter und so fort. Also ich meine, Lotus macht es ja in dem Sinne ja nicht anders. Da kannst du natürlich ein bisschen mehr Polygonen bauen, musst aber nicht. Das reicht auch, wenn du einfache Fototextur benutzt. So, jetzt kommen wir nämlich mal zu dem interessanten Punkt. Denn in der Version 0.2 steckt nämlich nicht nur der Simulator mit drin, sondern wir haben hier nämlich auch den Map-Editor mit dabei geliefert. Also das heißt, wir können uns hier das erste Mal so ein bisschen den Map-Editor anschauen und können schon mal so eine kleine Runde drehen, um mal zu gucken, ja, was steckt alles drin, was kann man mit dem Map-Editor machen. Und der an sich, der ist ziemlich interessant, denn er wirkt relativ simpel, wenn man das Ganze mal so ein bisschen sagen darf. Und zwar hat man sich hier die Mühe gemacht, das Ganze an einem Fenster praktisch zu erzeugen, ja, wo man dann zum Beispiel die 3D-Objekte halt richtig passend hat. Ihr könnt die Objekte dann auswählen und könnt ihr dann an diese ganzen Positionen schieben, wie ihr das möchtet. Und wir haben links eine relativ lange Spalte, die teilweise, wenn es eine Karte ist, die halt wirklich viele Objekte beinhaltet, wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich wird. Da würde es dann wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus, irgendwie mal so ein Filtersystem geben, wo man das Ganze vielleicht wegfiltern kann. Denn jeder einzelne Baum, den wir da haben, der wird als einzelnes Objekt eingetragen. Also wenn wir jetzt die ganze Liste uns jetzt abarbeiten würden, dann würden wir jetzt halt jeden einzelnen Baum jetzt auswählen, anwählen. Und dann könnte man zum Beispiel mit dem natürlich machen und tun, was man möchte. Wir haben noch die Möglichkeit, wie gesagt, die ganzen Gebäude dann halt von A nach B zu transportieren. Ja, wir können in der Demo-Version, können wir natürlich die Karte uns schon so gestalten, wie wir das gerne mal möchten oder einfach mal so ein bisschen spielerlitz. Wir haben hier die Möglichkeit, das Terrain ein bisschen zu verschieben. Wir haben die Möglichkeit, Wasser irgendwie zu verschieben. Also auch das funktioniert. Die Möglichkeit halt, ja, wie gesagt, die Objekte von A nach B zu stellen, wie wir das gerne hätten. Also man kann sich hier in dem ersten Moment halt richtig, richtig austoben. Und das ist eine relativ coole Sache. Was ein bisschen schade ist, neue Karten können wir noch nicht erstellen. Wir können halt die Demo-Karte uns angucken. Wir können sie halt modifizieren. Wir können sie dann auch abspeichern und können sie natürlich dann dementsprechend auch fahren. Aber es ist nicht die Möglichkeit, dass wir eine neue Karte erstellen können. Das finde ich ein bisschen schade. Aber soll jetzt auch nicht so dramatisch sein. Wir gucken uns das Ganze ja dementsprechend erst mal an. Und können uns die ersten Ideen zum Beispiel schon sammeln. Oder können auch schon die ersten Griffe mit dem Map-Editor halt uns anschauen. Aber auch hier, wie gesagt, merkt man natürlich, hier wäre so eine English-Translation eigentlich eine ziemlich coole Sache. Denn das ist nämlich halt noch alles ein bisschen in Polnisch geschrieben. Also ein Baum heißt da nicht Baum, sondern irgendwie anders. Was jetzt aber nicht schlimm dramatisch ist. Wenn man das ein paar Mal ausgewählt hätte, dann weiß man, dass das auch ein Baum ist. Oder dass das Blockhaus ist. Oder das, ja. Also da kommt man eigentlich schnell dahinter, wie das Ganze denn dementsprechend funktioniert. Sonst habe ich auch noch nicht gefunden, wie man zum Beispiel neue Objekte platziert. Also das habe ich jetzt tatsächlich dann auch noch nicht gefunden. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich noch, wenn ich mir das so hundertprozentig angucke. Wir haben halt viele Möglichkeiten, die wir hier zum Beispiel öffnen können. Wir können hier eine Konsole öffnen. Wir können hier irgendwelche Log-Files öffnen. Ja, und das ist halt alles innerhalb dieser Simulation. Ja, und das ist eigentlich so recht für jemanden, der wirklich auf Performance baut oder sowas, vielleicht sehr informativ. Ja, der kann sich das Ganze genau angucken. Wo klemmt es? Ja, wo könnte man nochmal ein paar FPS rausholen und so weiter. Also auch da gibt es halt jede Menge Möglichkeiten, das Ganze dementsprechend halt auch anzupassen. Wir können das Layout von dem Editor auch komplett anpassen. Ja, wenn uns das Schwarz nicht gefällt, dann machen wir es einfach in Weiß oder in so ein durchsichtiges Schwarz, so undurchsichtiges Schwarz. Also auch da sind keine Grenzen gesetzt. Also ihr habt wirklich damit echt gute Möglichkeiten, vielleicht irgendwann mal in Zukunft hier extrem schöne Karten zu bauen. Und dass wir hier tolle Fahrzeuge haben, das bewies schon damals der Virtual Bus Simulator. Ja, denn da gab es richtig schicke Busse. Da fing das Ganze an von Mercedes, MAN, Solaris. Es war einfach, auch Volvo war dabei gewesen. Also da war auch die Mod-Community riesengroß. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass gerade die, die das damals so extremst gefeiert haben, sich jetzt natürlich auf einen Neurelease darauf richtig freuen. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, wenn da irgendwie was ist, wenn man da irgendwie was supporten kann oder sonstiges, ja, dann bin ich dabei. Ganz vorne, ja, dann haue ich Geld raus. Das ist mir auch egal, ja, also das ist auf jeden Fall eine Simulation, die sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Wenn ihr natürlich so meines Alters seid, ja, und ihr vielleicht noch so ein bisschen grob noch in Erinnerung habt, wie damals der V-Bus Simulator war, ihr vielleicht sie sogar selbst gespielt habt, dann ist es ein absolutes Pflichtprogramm, da jetzt mal reinzugucken. Wir werden auf jeden Fall das Ganze beobachten, wir werden das ganze Projekt verfolgen und werden uns das Ganze mal anschauen weiter. Ich bin mal gespannt, wie die Reise mit dem Virtual-Bus Simulator voranschreitet. Ich bin mal gespannt, ob es kontinuierlich Updates gibt oder halt nur mal so und so. Ich bin mir aber der Meinung, dass damals waren die echt schnell, echt flink hinterher gewesen, was so Updates anging. Also, das kann auf jeden Fall eine ganz interessante Sache werden und vielleicht auch endlich, also dadurch, dass ich das von früher kenne, vielleicht eine Alternative auch gegenüber, um sie sein könnte. Könnte, ne, wenn man natürlich das Ganze jetzt dementsprechend so anpasst, dass hier auch Menschen, KI, Fahrzeuge und so weiter und so fort dabei sind oder vielleicht noch ein Multiplayer oder sowas und keine Ahnung, ich weiß nicht, was da alles so geplant ist. Ich habe euch auch noch mal als Video kurz noch mal eingeblendet, dass es die Version 02 ist, was jetzt aktuell verfügbar ist und im Map-Editor verfügbar ist und in der Simulation verfügbar ist, habe ich da euch, wie gesagt, das alles da noch mal so ein bisschen zusammengeschnappelt und dann könnt ihr euch das Ganze mal pausitieren und einfach mal durchlesen, ne, und dann passt das Ganze schon. Das soll es aber von meiner Seite erstmal so gewesen sein. Wie gesagt, sobald es hier auf jeden Fall irgendwas Neues gibt, erfahrt ihr es hier auf diesem Kanal, denn Virtual Bus ist jetzt abgespeichert. Ich freue mich tierisch, dass der Entwickler ein Neuanfang praktisch startet. Nach vielen, vielen Jahren denke ich mir so, das kann jetzt nur großartig werden. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich bin gespannt, wo die Reise wirklich hingeht. Und wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da selber euch ein Bild machen wollt von und dann testet das Ganze einfach. Und ja, schickt mir doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, schreibt es unten rein, postet das Ganze und vielleicht können wir den Entwickler ja so ein bisschen unterstützen damit und hoffen natürlich, dass die Entwicklung gut voranschreitet. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich und sage danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!